Haufenweise liegen sie umher. Zweiter Weltkrieg, Ostfront. Mit dem Packschützen Leonhard Merz bis in den Kessel von Tarnopol, das kleine Stalingrad. Von Markus Bauer. Gelesen von Mario Kunze. Verpassen Sie keine Neuerscheinung mehr. Tragen Sie sich in den Newsletter von EK2 Militär ein, um über aktuelle Angebote und Neuerscheinungen informiert zu werden und an exklusiven Leseaktionen teilzunehmen. Als besonderes Dankeschön erhalten Sie kostenlos das E-Book Die Weltenkriegssager von Tom Sola. Enthalten sind alle drei Teile der Trilogie. Der Klappentext. Der deutsche UN-Soldat Rick Martin kämpft in dieser rasant geschriebenen Fortsetzung zu H.G. Wells' Krieg der Welten an vorderster Front gegen die Marsianer, als diese rund 120 Jahre nach ihrer gescheiterten Invasion erneut nach der Erde greifen. Deutsche Panzertechnik trifft marsianischen Zorn in diesem fulminanten Action-Spektakel. Band 1 der Trilogie wurde im Jahr 2017 von André Scora aus mehr als 200 Titeln für die Midlist des Scoots Awards im Bereich Science-Fiction ausgewählt und schließlich von den Lesern unter die letzten drei Bücher auf die Shortlist gewählt. Die Miliz-Szenen lassen einen den Wüstensand zwischen den Zähnen und die Sonne auf der Stirn spüren, wobei der Waffengeruch nicht zu kurz kommt. André Scora über Band 1 der Weltenkriegssaga Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel Liebe Leser, liebe Leserinnen, zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erfolgen haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf. Mit unserem Label EK2 Militär möchten wir militärische und militärgeschichtliche Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern. Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Daher liegt uns Ihre Meinung ganz besonders am Herzen. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem Buch. Haben Sie Anmerkungen? Kritik? Bitte lassen Sie es uns wissen. Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns, damit wir in Zukunft noch bessere Bücher für Sie machen können.